so leute ein paar leute wussten schon gerade die leute mit denen ich persönlich zu tun habe ich will diesen channel wieder wiederbeleben ich habe da mittlerweile wieder richtig lust drauf und ich habe auch wieder die zeit und ideen und eine community für content ja dementsprechend will ich diesen channel ein bisschen reviven war jetzt nicht der größte channel ist aber egal wir werden es immer noch und zum start hin dachte ich mir mache ich direkt was was ich bisher noch nie gemacht habe und deswegen entschuldigt wenn ich ultra nervös bin und dämlich daneben haue egal ich zeige mir erst mein gesicht das ist schon mal etwas was ich vorher noch nie getan habe auf diesem channel und das zweite was ich machen will ich will direkt mit einer verlösung starten weil das tun fast alle und naja die zwei sachen die ich rausgesucht habe sind auch die zwei auf den zweiten platz ist so ganz cool gerade weil es auch ein bisschen spoiler für die leute ist und der erste platz ist tatsächlich was richtig cooles für nämlich wenn ihr mich fragt das erste für den zweiten platz ist richtig rum es ist richtig rum ist dieses token booster von ultimate guard das werde ich noch vorher aufmachen tatsächlich wird das schon geöffnet kommen das wird auf dem channel irgendwann mal aufgemacht und dann sieht man im video was drin ist derjenige der es gewinnt der hat da einen kleinen spoiler und das zweite was sozusagen verlost wird das was ich eher als hauptgewinn ansehen würde ist ein schwarzes life pad von ultimate guard nutze ich selber relativ viel und zwar wirklich wirklich viel und die schwarzen sind relativ selten kann man eben nicht so normal kaufen und ja dementsprechend verlose ich davon eins plus halt diese token booster sind kleinigkeiten für den anfang wir teilnehmen können ist ganz einfach ihr schreibt mir unten in die kommentare was ihr gerne sehen würdet wenn ihr irgendwelchen gameplay content sehen wollt dann schreibt das unten rein oder wenn ihr keine ahnung was sehen wollt mich interessiert einfach nur was die leute diesen channel gefunden haben oder gesehen haben was die gerne machen würden das gewinnspiel geht bis ende januar also am ersten februar werde ich dann video hochladen wird dann schauen wer da gewonnen hat in der video beschreibung steht nochmal genau die bedingungen was man alles machen muss um teilzunehmen und ja wenn es dir gefallen hat lasst einen daumen bis dahin euer flexi tschau tschau bis dahin bis dahin